Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Wie verhält sich Prinzessin Kate, 40, hinter verschlossenen Türen? Vor wenigen Tagen ist Prinz Harry, 38, und Herzogin Megans, 41, Doku auf Netflix erschienen. In dieser enthüllen sie einige pikante Details aus dem britischen Königshaus, womit die Royals nicht ganz einverstanden sind. So wurde zum Beispiel die Frau von Prinz William, 40, als sehr förmlich und kalt dargestellt, was aber nicht ganz der Wahrheit entsprechen soll. Im Freundeskreis wird Kate als eine total warmherzige und freundliche Person wahrgenommen. In der Doku Harry & Meghan deutete Meghan an, dass ihre Schwägerin auch hinter verschlossenen Türen total kalt und förmlich sei. Ein Insider nahm dieser Behauptung nun den Wind aus den Segeln. Kate ist ein. Und dann schau mal die Bälle und die Videobeschreibung. Und dann schau mal die Videobeschreibung. Und dann schau mal die Freunde und Familie. Vielen Dank für die Videobeschreibung. Vielen Dank.